So, auch nochmal von mir, beziehungsweise von uns, frohes Neues! Mögen all eure Vorsätze in Erfüllung gehen, dann fangt bitte auch heute an, nicht erst morgen, nicht immer morgen. Mich wundert, ich bin so rot, weil ich gerade gelaufen bin und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Guten Morgen! Tschüss! Tschüss, frohes Neues! Ich bin jetzt hier in meiner Zockerbude, Leute. Und ich werde um 20 Uhr auf meinem Hauptkanal streamen. Und zwar fangen wir hier schön mit Forza an. Und nebenbei machen wir unser Just Chatting, unsere Reactions. Und auf jeden Fall möchte ich mit der ganzen Community heute schön, ganz easy going Forza fahren, sozusagen. Warum jetzt auf dem Hauptkanal? Weil ich einfach Bock habe, weil in den letzten Tagen kein Vlog hochgeladen. Und aufgrund der Feiertage einfach ein bisschen auf dem Hauptkanal für euch aktiv sein. Live! Wir können ein bisschen schnacken. Tobias wird auch am Start sein. Ich werde ihn in Forza versuchen, wieder einmal natürlich abzuziehen. Und ich möchte mit euch ein paar Races machen. Ein bisschen Tuning treffen, ein bisschen Driften. Ihr wisst doch, wer es ist, Leute. Hier noch was alles ein. Hier ist OBS. Auf meinem Hauptkanal einfach youtube.de slash flying fucking fucking Uwe. Und dann geht das los. Ich ziehe mich gleich noch mal ein bisschen um. So, dass ich das Gefühl habe, ich bin frisch irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ja, in diesem Sinne freue ich mich auf den Stream. So, das Thumbnail ist erstellt, Leute. Das heißt, ihr braucht jetzt hier nur noch abswipen. Und dann schicke ich euch, beziehungsweise packe ich euch den direkten Link zu dem Livestream ein. Und dann könnt ihr gleich um 20 Uhr vorbeischauen. Oder jetzt auch mit den Jungs hier schon im Chat ein bisschen chillen mit mir.